Die nächste Übung, die wir uns anschauen, ist eine der absoluten Basic-Übungen im ganzen Fitnessbereich und heißt Deadlifts oder auf Deutsch Kreuzheben. Warum heißt das Ganze Deadlifts? Weil das Gewicht zwischen jeder Wiederholung immer komplett tot am Boden liegt. Ja, so kann man sich das einfach merken. Das heißt, einfach schon mal im Hinterkopf behalten, es sind wirklich aneinandergereihte einzelne Wiederholungen und das Ganze wird nicht mit Schwung irgendwie komplett durchgearbeitet. Okay, fangen wir an. Für den Beginn der Übung stellen wir uns an die Stange und zwar so nah ran, dass wir fast in Kontakt sind mit der Stange. Die Stange befindet sich quasi in der Mitte unseres Fußes. Wir stellen uns aufrecht hin, nehmen die Schultern zurück mit Körperspannung und dann gehen wir mit einem geraden Rücken nach unten und fassen die Stange genau so weit, dass wir an unseren Knien noch vorbeikommen. Ich werde euch das Ganze auch gleich von der Seite zeigen. Der Rücken ist absolut gerade und wir halten die Spannung auch in der hinteren Schulter. Und die Bewegung wird dann gestartet aus den Hacken. Das Gewicht befindet sich auf dem hinteren Fuß, auf den Fersen und wir lehnen uns leicht zurück und bringen diese ganze Konstruktion nach oben, gestartet aus den Beinen. Dann legen wir das Gewicht wieder ab unten. Es ist komplett auf dem Boden und wir starten die ganze Bewegung erneut gestartet aus den Beinen ganz nach oben und wir legen das ganze Gewicht wieder ab. Nochmal hoch und wieder nach unten. Und hier sehen wir das ganze Setup nochmal von vorne. Die Beine sind ungefähr etwas weiter als die Hüften. Die Zehen sind leicht nach außen gedreht, so wie für einen Squat. Dann stellen wir uns so hin, greifen das Gewicht gerade so eng, dass wir noch an unseren Knien vorbeikommen, bauen Spannung auf und bewegen das Gewicht komplett nach oben. Wir bewegen es wieder nach unten, setzen es ab und beginnen wieder mit Körperspannung aus den Beinen das Gewicht nach oben zu bringen. Das waren die Conventional Deadlifts, die ganz normale Ausführung. Ist eine Ganzkörperübung, aber vor allem für die Beine und für den Rücken ist das eine sehr, sehr effektive, absolute empfehlenswerte Grundübung.